Ja, 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 ihr glaubt es nicht, aber Freunde, es ist soweit. Wir sind hier bei, äh, darfst du sagen, wo wir hier sind? Im Bodenlerriere. Ja, also wir sind hier zu Hause bei Jason Stanley, beim Professor. Aus ganz besonderem Anlass nehmen wir heute nicht den Tonstudio auf, sondern, und von wegen Energiesparen, der Professor trägt vorbildlich in der kalten Jahreszeit Jacke in der Wohnung. Wir sind stolz auf ihn. Und ihr seht dieses Home-Video aus einem ganz bestimmten Grund. Wurstflöte. Es gibt nämlich nicht nur die Wurstflöte, sondern... Ich esse Wurstflöte. Lecker, mit Jacke, Wurstflöte. Lecky. Willst du auch Wurstflöte? Nee, die Pfanne ist sauber, weil ich es mit der Wurstflöte sauber gemacht habe. Ja, sieht super aus. Lass mir mal so stehen. Was wolltest du sagen, mein Freund? Pass auf, heute was Besonderes, und zwar, es geht nicht um die Wurstflöte, sondern wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Jojo und der Prof-Cast wird 200. Wir haben tatsächlich 199 Folgen aufgenommen, und jetzt wollen wir die 200 zu machen. Aber wir wissen nicht, worüber wir reden sollen. Wir haben keine... Deswegen wollen wir von euch wissen, welche Fragen sollen wir euch beantworten. Schreibt unter dieses Video Kommentare und taggt alle Leute, die auch Fragen stellen wollen. Denn, ganz wichtig, dieses Video, wir werden das nur ganz, ganz kurz machen. Wir werden unmittelbar danach, werden wir aufnehmen. Das heißt, es kommt auf die ersten Stunden an. Also, teilt das Video, kommentiert das Video, schickt das an alle eure Leute weiter. Vor allem, die, die es nicht sehen wollen, schickt dann das auch unbedingt. Ich darf mich auch kommentieren. Ja, ja. Da sind Angestellte ausgeschlossen. Ja, ja. Du bist, also, mit deinem... Ich weiß nicht, wir müssen in deinem Arbeitsvertrag gucken. Der ist lang. Ja, der ist lang. Ganz... Kommentieren. Kommentieren. Da stehen viele Rechte und Pflichten, vor allem aber Pflichten. Also, schreibt rein, welche Fragen wir euch beantworten dürfen. Es gibt keine Tabus. Wir haben überhaupt nicht. Ist es irgendeine Frage, die wir nicht beantworten? Watersports, alles. Pass auf, ich würde sagen, jeder von uns hat eine Frage, bei der er sagen kann, oh Joker, das will ich nicht beantworten. Ansonsten, alles, was die YouTube-Richtlinien erlauben, sind erlaubt. Und wir werden alle diese Fragen in Folge 200 beantworten. Und die kommt raus am... Ich glaube, am 26.11. Am 26.11.2023 kommt die 200. Folge raus. Heiß, will ich. Wenn ihr das jetzt in 10 Jahren erst guckt, also 2033, weiß nicht, ob es da noch YouTube gibt und ein absurdener Podcast gibt, dann trotzdem kommentieren. Dann ist es vielleicht für die Folge... Wurstblüte? Nee, danke. Das sieht ja total asozial aus. Was ist denn dieser Teig da? Wie, das ist hier... Ah, habe ich schon weggeschmissen. Ah, das ist aber schade. Da sind Raps. Ganz normale Mais-Raps. Die wickelst du da ein und dann ist auch die Pfanne sauber, wenn du das dann nachfahrend hast. Klingt super. Wann haben wir eigentlich hier hinten hängen? Raja. Na, selbstverständlich. Und Falubas. Ja, Falubas. Falubas. Das war's von uns. Wir sagen ganz herzlichen Dank, kommentiert und wir freuen uns auf Folge 200. Wir sehen uns in der 200, ich bin heiß wie eine Wurstflöte. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Tschüss. Tschö.